Moin und herzlich willkommen. Ja, heute mal wieder ein Video aus dem wahren Büro raus. Und zwar, es gibt was Neues. Naja, was Neues bei mir. Ich habe zugeschlagen und zwar, ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Eine Canon M50. So vom Erscheinungsdatum her fast schon dreieinhalb, vier Jahre alt. Und warum ich mir die jetzt gekauft habe und warum ich glaube, dass die auch im Jahr 2022, weil das haben wir jetzt ja nun fast, immer noch eine gute Wahl ist, das erkläre ich in diesem Video. Okay, warum habe ich mir eine fast dreieinhalb Jahre alte Kamera, also vom Entwicklungsstand her dreieinhalb Jahre alte Kamera, jetzt Ende 2021, Dezember 2021 gekauft. Weil sie beim Black Friday nur 500 Euro gekostet hat, mit Objektiv. Und Ende. Ja, okay. Das wäre ein bisschen zu einfach, aber es gibt tatsächlich neben dem Preis, den ich natürlich mit in Relation setze. Einige andere nette Punkte bei der Kamera, die mich davon überzeugt haben, bei dem Angebot zuzuschlagen. Kleiner Disclaimer vorweg. Alles, was ich heute in dem Video zeige, Kamera und Zubehör oder ähnliches, habe ich alles von meinem eigenen Geld gekauft. Ich werde von niemandem gesponsert oder unterstützt. Deswegen gibt es hier auch meine klare, ehrliche, ungefilterte Meinung. Also wie bei allen Sachen, die ich hier bis jetzt hier auf meinem Kanal vorgestellt habe, erkläre ich das Equipment so ein bisschen aus der Sicht eines Fotografen, der halt sich auf Landschaften spezialisiert hat, so wie ich, der viel vom Stativ fotografiert und warum das halt für den Einsatzzweck eine gute Sache ist. Fangen wir mal an mit den Spezifikationen. Da muss ich mal eben hier auf meinen Spiekzettel gucken. Also zehn Bilder die Sekunde, sieben Bilder die Sekunde mit Autofokus-Nachführung. Wir haben ja auch den sehr guten Dual Pixel AF drin, also der wirklich sehr zuverlässig und schnell funktioniert. Sonst vom Gewicht her, muss ich mal eben gucken. Das sind 387 Gramm, nur für die Kamera. Da kommt das Objektiv noch mit drauf, aber... Da weiß ich es jetzt gar nicht, da ist das Standard-Kit-Zoom mit dabei, das 15-45. Vielleicht geschätzte 250 Gramm, so ungefähr, also wirklich nicht viel. Von den Maßen her 11,6 x 8,8 x 59 cm. Also wirklich eine sehr kompakte Kamera, auch wenn man die jetzt hier bei mir mal so in der Hand sieht. Und ich habe jetzt nicht wirklich große Hände, muss ich sagen. Also schöner kompakter Body. Ansonsten elektronischer Viewfinder, 2,36 Millionen Bildpunkte, also auch wirklich schön hochauflösend. Das passt soweit. Ein dreh- und schwenkbares Display ist mit dabei. Ist auch eine Geschichte, die ich eigentlich nicht mehr missen möchte. Löst mit, ich glaube, etwas über eine Million Bildpunkten auf. Also auch guter Standard. Ja, ansonsten 4K Video. Ich filme halt nicht so viel. Klar, ich habe mir jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Aber ich habe dafür anderes Video-Equipment. Aber ja, auch dafür so als Backup eine gute Videokamera, falls meine Hauptkamera mal den Geist aufgeben sollte. Ja, anschlussseitig haben wir bei der Kamera auf der linken Seite einmal den Mikrofonanschluss. Und auf der rechten Seite haben wir ein Mini-HDMI und ein Mini-USB-Anschluss. Also leider kein Typ C. Aber gut, ist für mich jetzt auch nicht so entscheidend. Unten ist halt nochmal einmal der Deckel für den Akku und für die Speicherkarte. Da gibt es auch öfters mal den Kritikpunkt, dass Speicherkarte und Akku unter einem Deckel liegen. Stört mich jetzt auch nicht so großartig, muss ich sagen. Leider fehlt anschlussseitig eine Buchse für einen Fernauslöser. Den hat Canon also auch weggespart. Da muss man dann halt also entweder auf eine Infrarot-Firmdienung zugreifen oder die Canon-Kamera-Connect-App benutzen. Und vom Sensor haben wir halt hier ein 24,1 Megapixel-Sensor im APS-C-Format verbaut. Ja, und bei dem Sensor möchte ich dann auch direkt mal anknüpfen. Das war für mich so ein Hauptkriterium für die Wahl zu dieser Kamera. Wie gesagt, 24,1 Megapixel im APS-C-Format. Nicht mehr ganz taufrischer Sensor. Da gibt es bestimmt jetzt auch schon neuere Sensoren auf dem Markt. Aber ein guter, ausgereifter Sensor, der auch bei Canon in vielen anderen Kameras verbaut ist. Und ein gutes, solides Rauschverhalten hat. Einen guten Dynamikumfang hat. So vom Rauschverhalten denke ich mal so bis ISO 3200. Kann man auch noch große Bilder im DIN A3-Format oder größer ausdrucken. Ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Und ja, wenn ihr mich kennt, wenn ihr meine Videos kennt, wenn ihr auch mein Video von der EOS Air kennt, wo ich die vorgestellt habe, blende ich auch hier nochmal ein, wisst ihr also, dass ich so das Augenmerk immer auf die Bildqualität lege. Ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Geht also über Geschwindigkeit und verschiedene andere Sachen bei Kameras. Aus diesem Grund habe ich halt mir diese Kamera auch ausgesucht. Ja, aber warum habe ich mir jetzt gerade eine neue Kamera gekauft? Jetzt ja natürlich nicht nur wegen dem Sensor. Ich brauche mir ja keine Kamera mit einem 24,1 Megapixel APS-C-Sensor kaufen, wenn ich eine Vollformat-Kamera mit 30 Megapixel zur Augen habe. Ich habe im Endeffekt eine kleine, kompakte Kamera gesucht, die man vielleicht mal auch in die Jackentasche stecken kann. Aber vor allem, die man mal gut zum Wandern mitnehmen kann. Da möchte man nicht immer die relativ große und schwere EOS Air mitnehmen. Vor allem nicht die großen und schweren Objektive, weil das macht dann auch immer das Hauptgewicht aus. Sondern ich habe wirklich was Kleines, Kompaktes gesucht, ein kleines Gehäuse und vor allem mit schönen, kleinen, kompakten Objektiven. Wer meine Videos auch kennt, weiß, ich bin halt viel zu Fuß unterwegs, ich wander viel, die Hunde sind oft dabei und ja, da kommt es halt oft auf jedes Gramm an. Auch wenn ich mal nicht ein Video drehe, ist oft die Kamera mit dabei und das hat für mich bis jetzt immer geheißen, die EOS Air mitnehmen, den großen, schweren Fotorucksack mitnehmen und ein bis zwei Objektive. Und das ist manchmal auch einfach zu viel, wenn man nur mal eben vielleicht beim Wandern was knipsen möchte oder was auch immer, ist da schon immer ganz schön viel Gepäck, was man mitschnippen muss. Und deswegen halt eine schöne, kleine, kompakte Kamera mit einem ordentlichen Sensor drin. Das Gute ist natürlich, wenn es wirklich mal auf noch mehr Bildqualität ankommt, habe ich auch immer die Möglichkeit mit so einem Adapter. Das ist jetzt hier ein Adapter von Makel. EF-M zu EF-S Adapter habe ich halt die Möglichkeit, meine ganzen schweren, teuren L-Objektive hier an diesen kleinen Kamerabody anzubringen. Falls meine Hauptkamera, meine EOS Air mal doch irgendwie defekt sein sollte oder den Geist aufgibt, habe ich halt mit dieser Kombo dann die Möglichkeit, trotzdem noch sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Aus diesem Grund, denke ich, ist die Canon M50 auch eine sehr gute Wahl als Zweitkamera, wenn man eh schon Canon User ist. Zum einen vom Menü her ist es halt sehr intuitiv und wenn man einmal mit Canon Kameras gearbeitet hat, kennt man sich eigentlich sofort mit dem Menü aus. Und wie gesagt, wenn man halt schon eine Spiegelreflexkamera besitzt von Canon oder halt schon EF-S oder EF-Objektive besitzt, ist das wirklich in Verbindung mit so einem Adapter eine sehr gute Wahl, finde ich, um die Kamera als Backup zu benutzen. Zu den Objektiven an sich muss man natürlich sagen, die Auswahl an speziellen M-Objektiven ist jetzt nicht so riesig. Das ist halt also auch der erste Nachteil, der erste Kritikpunkt, den ich habe. So M-Objektive von Canon, ich weiß gar nicht, ich würde sagen vielleicht acht, neun Objektive, so grob über den Daumen, ich glaube viel mehr gibt es nicht. Dann noch ein paar Dritthersteller von Sigma und Tamron, aber das war es dann im Endeffekt auch. Also da ist die Auswahl ein bisschen begrenzt und natürlich die Abbildungsleistung ist durchaus in Ordnung. Auch bei diesem KIT Objektiv, das passt soweit, aber kann natürlich jetzt nicht mit einer Abbildungsleistung von, sage ich mal, jetzt meinen L-Objektiven mithalten. Aber da ist halt auch wieder das Gute, wenn es wirklich drauf ankommt, packe ich mir den Adapter mit davor und kann dann halt jedes beliebige EF oder EFS Objektiv dran packen, auch meine L-Linsen. Was natürlich nicht geht, ist die aktuellen neuen EOS-R Objektive, RF Objektive anzusetzen, da gibt es leider kein Adapter dafür. Aber ich denke mit so einem KIT Objektiv, so ein 15-45 und ich denke mal, ich werde mir in naher Zukunft auch noch das 50-200 EF-M Objektiv dazu holen. Ist man also mit zwei relativ kleinen, kompakten Objektiven vom brennweiten Bereich schon sehr gut aufgestellt. Ja, was gefällt mir noch an der Kamera? Also seit ich meine EOS-R habe, möchte ich eigentlich auch nicht mehr auf ein klapp- und schwenkbares Display verzichten. Und gerade hier bei der EOS M50 finde ich es halt sehr komfortabel, dass es sich nach außen aufklappen lässt und halt auch wirklich dann nochmal um 180 Grad nach vorne drehen lässt. Aber aus meiner Sicht, finde ich, ist das immer noch das komfortabelste System, was momentan an Klapp-Displays auf dem Markt ist. Wie gesagt, hat meine EOS-R auch und ich habe mich da so dran gewöhnt, vor allem aus tiefen Standpunkten oder auch mal erhöht, hat man wirklich so immer den besten Blick auf die Kamera. Was mir halt noch sehr gut gefällt und was viele kleinere, kompakte Kameras leider nicht besitzen, ist halt wirklich der optische Sucher. Stimmt gar nicht, ich habe kein optischer Sucher, ist ein elektronischer Sucher. Aber auf jeden Fall nochmal ein extra Sucher. So ist man halt nicht nur auf das Display hinten angewiesen, sondern kann halt wirklich auch bei schlechten Lichtverhältnissen den Sucher nutzen. Hier haben wir sogar wirklich noch einen relativ guten, knapp 2,4 Millionen Bildpunkte, habe ich gerade am Anfang schon gesagt. Ist jetzt nicht super groß, also schon so ein bisschen Mäusekino, aber gibt ein schönes flüssiges Bild, schönes scharfes Bild, das passt soweit. Also der ist auch wirklich noch gut zu gebrauchen. Ja, weiterhin gefällt mir an der Kamera, dass sie trotz ihrer relativ kompakten Größe noch recht angenehm in der Hand liegt. Also hier mit diesem ausgeformten Handgriff, das gefällt mir noch sehr gut. Natürlich liegt sie nicht so satt in der Hand wie eine Spiegel-Flex-Kamera oder wie eine Kamera aus dem EOS-Air-System, aber das ist für mich auch ganz logisch und eigentlich auch kein Kritikpunkt. Und wenn ich eine kompakte Kamera haben will, muss ich halt damit rechnen, dass sie halt nicht so satt in der Hand liegt und vielleicht ein paar Finger nicht mehr an der Kamera anliegen. Das ist halt bedingt durch das kleine Bauformat. Ja, ich bin natürlich jetzt hauptberuflich kein Videofilmer, aber natürlich durch meinen YouTube-Kanal habe ich doch öfters mal eine Videokamera oder eine Filmkamera in der Hand. Und da ist es jetzt gut zu wissen, dass ich jetzt mit dieser Canon EOS M50 auch ein gutes, vernünftiges Backup zu meiner ersten Videokamera habe. Das ist eine DJI Pocket. Und ja, einfach gut zu wissen, dass ich halt mit der M50 auch sehr gute Bilder machen kann und einen sehr zuverlässigen Autofocus habe mit dem Dual Pixel AF und vor allem, dass ich halt, ja, noch ein Mikrofon anschließen kann. Das ist auch eine Sache, die nicht jede kompakte Kamera hat und war jetzt für mich kein Hauptargument für diese Kamera. Aber gut zu wissen, dass halt so ein Anschluss vorhanden ist und ich hier mein rote Mikrofon trotzdem noch anschließen kann. Der zweite Hauptkritikpunkt, den ich bei dieser Kamera habe, ist mir fehlen einfach so ein bisschen Einstellräder und Tasten für den direkten Zugriff, um jetzt irgendwelche Einstellungen an der Kamera vorzunehmen. Das ist also wirklich sehr sparsam ausgefallen hier. Im Endeffekt gibt es vorne nur ein Wählerrad. Leider nicht mal hinten ein zusätzliches Wählerrad, das wurde auch weggespart, sage ich mal. Hier gibt es halt also nur diese Tasten von nach oben und unten und nach rechts und links und dann noch halt vier, fünf andere Tasten. Oben noch eine Multifunktionstaste und das war es im Endeffekt. Also ein zweites Wahlrad wäre meiner Meinung nach durchaus drin gewesen. Das ist halt also alles ein bisschen spärlich ausgefallen. Im Gegenzug muss man natürlich sagen, die Bedienung über das Touchdisplay ist dafür sehr gelungen und sehr intuitiv. Da ist es schon fast ein bisschen zu verschmerzen, dass es nicht so viele direkte Tasten gibt. Man kann also die Kamera auch wirklich sehr gut über das Display steuern, hat dann schon so ein bisschen was von Steuerung wie ein Handy, wie eine Handykamera. Das klappt aber wirklich sehr gut. Trotzdem hätte ich mir ein zweites Wählerrad und ein paar mehr Tasten durchaus gewünscht. Vor allem lassen sich die Tasten jetzt nicht so schön konfigurieren, wie ich das von meiner EOS R zum Beispiel kenne. Also da ist man doch schon ein bisschen limitiert. Ein paar Tasten lassen sich gar nicht anpassen und das hätte man durchaus ein bisschen besser gelösen können. Was leider fehlt, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, es gibt kein Custom-Programm auf dem Wählerrad. Also kein Programmplatz, wo man sich seine eigenen Bedürfnisse konfigurieren kann. Das fehlt leider auch. Wenn ich jetzt aber mal meine Pluspunkte so zusammenzähle. Geringes Gewicht, geringe Maße, geringes Gewicht und geringe Maße vor allem auch bei den Objektiven. Ein elektronischer Sucher, ein Schwenk- und klappbares Display und vor allem auch der 24,1 Megapixel-Sensor im APS-C-Format. Und das in Relation setze zu dem wirklich fairen Straßenpreis. Ich denke mal, ich glaube momentan mit KIT Objektiv liegen wir so bei 600 Euro. Wie gesagt, es gibt auch ab und zu mal Schnäppchen. Ich habe sie für 500 Euro bekommen. Darum ist das meiner Meinung nach auch im Jahr 2022 wirklich eine extrem gute, kompakte Kamera zu einem sehr fairen Preis. Die einzige Sache, die natürlich noch abzuwarten gilt, ist, wie sich die Kamera im Einsatz wirklich schlägt und wie sie halt auf Dauer hält. Aber da muss ich sagen, habe ich bei Canon bis jetzt auch wirklich nie schlechte Erfahrungen gehabt. Ist zwar jetzt nicht gegen Wasser geschützt, das heißt jetzt nicht umfangreich abgedichtet. Aber ich denke, sie ist trotzdem so solide verarbeitet, dass sie auch den einen oder anderen Regenschauer mal aushalten wird. Okay, das waren jetzt meine ganz persönlichen Gedanken und meine Einschätzung. Warum ich jetzt Ende 2021, Anfang 2022 mir so eine Kamera noch gekauft habe. Eine relativ alte Kamera, diese Canon M50. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet von der Canon M50. Oder welche Kamera ihr benutzt, welche Zweitkamera ihr benutzt. Ob ihr auch eine kleine Kompaktkamera als zweite Kamera habt und welche das ist. Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut euch gerne auch meine anderen Videos an. Wenn euch der Inhalt gefällt, lasst mir gerne ein Abo da. Und ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020